Tja, ich bin einfach gegen sein Motorrad gefahren. Was, mit meinem Skill habe ich mich gerade gefühlt. Hä, ne, ich war genauso schnell wie du, deshalb war ich an seinem Motorrad dran. Und dann müssen wir schauen. Tja, ich bin einfach gegen sein Motorrad gefahren. Mhm. Was, mit meinem Skill habe ich mich gerade gefühlt. Aha. Hä, ne, ich war genauso schnell wie du, deshalb war ich an seinem Motorrad dran. Und dann müssen wir schauen. Ach, so ist das. Ja, ich bin einfach, ich bin einfach. Vielen Dank.